Okay, warum... Ah, jetzt geht's, okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Relodia, zusammen mit Luca. Ja, ich hab mich jetzt von ihm breitschlagen lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes, er ist zu mir gefahren und hat mich breitgeschlagen. Deswegen bin ich jetzt ein platter Klecks, dass er nicht aufnehmen muss, weil er hat keinen Bock gerade. Und deswegen bauen wir einfach was zusammen. Und ich hole jetzt erstmal ein Schaf für Luca, damit der Luca auch ein Bett hat. Achso, ähm, äh, Marc... Hast du dir ein Waypoint gesetzt? Nein, hab ich noch nicht. Dann komm mal zu diesem wunderschönen Gebilde hier und setz dir ein. Und ich mach dir erstmal ein Bett. Äh, äh, du musst mir nochmal erklären, wie ich das mache. Äh, mit J. Und dann einfach reinklicken, oder wie? Und dann, dann auf die Fahne, da ist so eine Fahne abgebildet. Die musst du draufdrücken, dann gehst du unten auf New. Ja. Und dann gibst du halt alles ein. So. Es sind, aber die Koordinaten sind die, die ich jetzt gerade stehe, oder? Äh, ja, genau. Okay, da drüben sind die. Dann mache ich das schön pink. Äh, ja, Luca, du kannst schon mal anfangen, irgendwie dir ein bisschen Holz zu schnätzeln und so. Und ich hole uns ein bisschen Essen. Äh, ja, wie gesagt, Luca und ich werden jetzt alles zusammen machen. Luca wird hier nichts alleine machen, ohne mich. Wir werden alles zusammenbauen und wir bauen uns einen Wohnwagen. Ähm, viele wissen ja von euch, dass ich, äh, Fan von Trailerpark bin. Ich wollte eigentlich, ich hab gerade mit Luca gesprochen, eigentlich wollte ich eine, eine ganze Wohnwagen, Wagensiedlung bauen. Aber da hat er keine Lust drauf. Das ist viel zu viel, also mal, ganz ehrlich. Und da ist auch noch um die Motz kümmern und dann muss ich mich, dann muss ich jeden scheiß Wohnwagen bauen, weißt du? Nur fünf kleine Wohnwagen. Mach das mal und dann mach das mal und dann fünf geht ja. Ja, so groß ist er nicht, der Trailerpark. Oh, da ist ein Enderman. Fledermausland. Was machen wir so von den Regeln her, wenn man stirbt? Ja, da haben wir ehrlich gesagt noch nichts. Da wollten wir uns noch was überlegen, aber uns ist noch nichts eingefallen. Da dürft ihr, liebe Leute, übrigens auch gerne was in die Kommentare schreiben, wenn ihr gerne möchtet. Aber ihr möchtet natürlich ungern. Luca, ich habe das perfekte Bauholz für uns gefunden. Also glaube ich zumindest, warte mal. Nein, 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 wir brauchen, wir brauchen ein schönes, also ich brauche einen weißen. Ich brauche einen weißen. Hey, pass auf. Der Wohnwagen. Ja, gib mal einen, äh, Sakura. Es gibt Sakura Planks. Das sind so Kirschbäume. Und das Holz davon ist relativ weiß und die haben pinke Blätter. Oh, nice. Das ist geil, oder? Nimm mal davon so ein Sapling mit. Kann man das bei uns in Bionen? Ja, ich habe hier gerade zwei davon gefunden. Äh, aber sammle mal ein bisschen Holz und bereite mal einen Ofen vor, weil ich habe nur noch einen Hungerkeulebalken. Du meinst, ich soll ein bisschen Stein holen und es dann in einen Ofen machen. Ja, aber du brauchst ja auch Holz. Das ist voll komisch, weil Leute, ich probiere gerade mal was aus. Oh, ich habe irgendwie Amber abgebaut und das habe ich mit einer Holzhacke gemacht. Ja, das brauchen wir aber nicht. Also wir brauchen es wirklich nicht, weil du willst ja auf deine Bienen gehen und nicht auf Farmcraft. Die brauchst du nur für Farmcraft. Oh, ich habe ein Höhlen-System gefunden. Nice. Was ich ausprobiere ist, ich habe nämlich jetzt OBS auf den zweiten Bildschirm gezogen und deswegen sehe ich da jetzt die ganze Zeit noch nebenbei, was ich so mache. Und das ist voll irritierend, wenn ihr quasi zweimal euer Spiel seht. Und diese scheiß Gräser. Wenn ihr zwei Bildschirme und OBS habt, dann probiert das wirklich mal aus. Es ist wirklich sehr merkwürdig. Ich nehme mal, ich probiere mal ein paar mehr Setblings davon mitzunehmen. Hier ist so viel Gras. Es ist so viel Gras. Alter, das muss alles weg. Okay, ich habe jetzt schon drei Setblings. Von den Sakura-Leaks. Ich habe irgendwelche Samen. Irgendwann. Also ich weiß nicht, der Wamono, der wollte irgendwann demnächst noch die erste Folge aufnehmen. Die werde ich mit ihm zusammen wahrscheinlich aufnehmen. Aber irgendwie hat er in letzter Zeit, also finden wir halt keinen gemeinsamen Aufnahmetermin. Und deswegen ist das gerade auch so ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, wie es mit Benske aussieht. Der meinte eigentlich, er hätte letztens eine Folge aufgenommen. Aber es hat sich nichts verändert. Ähm, ja. Vielleicht bleibt dieser Minder doch nur an Luca und mir. Das kann auch sein. Oder eigentlich nur an Marc, weil nur er aufnimmt. Ja, vielleicht hole ich mir noch irgendjemanden dazu. Weil ich meine, wenn es dann eh kein YouTube-Projekt mehr in dem Sinne ist. Also wenn dann nur wir zwei quasi mitmachen und nur ich aufnehme. Obwohl. Das wäre eigentlich voll die Idee, weil du machst der Skyblock, wo nur du aufnimmst. Dann mache ich das hier, wo nur ich aufnehme. Dann passt das ja auch. Soll ich die Schafe hier töten in der Nähe? Äh, die droppen eh kein Fleisch. Also brauchst du das nicht machen. Es sei denn, du willst irgendwie Karpets haben oder so. Ich brauche doch noch, äh, ich brauche doch Wolle noch für meine, meine, meine Kescher-Dingsbumsnetze. Ach ja, richtig. Ich muss mir nochmal zeigen, wie ich die nochmal baue. Das habe ich nicht vergessen. Gib einfach Scoop ein. Wie der Typ von Awesome Notes. Ja, ich war schon. Scoop, 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 Scoop. So. Hast du schon einen Ofen? Äh, ja, habe ich schon gebaut. Ist neben unserer Werkbank. Okay, sehr gut. Kohle habe ich, glaube ich, sogar. Nee, habe ich natürlich nicht. Oh, der hat einen geilen Hut. Äh. Den muss ich gleich mal ausstatten. Ich hoffe, ich finde das noch. Herr Marc, ich habe was Cooles gefunden. Was denn? Und zwar. Äh, weißt du, wie ich, wie ich meine, wie ich mich viel wieder verändern kann? Weil ich glaube, ich bin jetzt ein Schaf. Ach Gott, wie war denn das? Ich glaube, mit SZ. Ja, mit SZ geht das. Und dann, äh. Was ist SZ? SZ. Scharfes S. Ach so. Oh, fick dich. Ja. Sag's halt gleich. SZ. Oh. Ich glaube. Ja, ich kann schon fliegen, glaube ich. Ich kann fliegen. Ist da noch irgendwo eine Fledermaus? Es ist keine Fledermaus. Was dann? Siehst du mich? Äh, wo bist du? Hä? Aua. Ich, Marc, ich sehe dich nicht, Mann. Ich habe, ich habe... Ha, ich sehe dich gar nicht. Ich sehe nur deinen Schatten, der hier ist. Was warst du, Marc? Ein Taint Swarm. Die Dinger verfolgen dich im Taint Biom. Oh, ich kriege Schaden. Hungerschaden. Äh, die verfolgen dich. Und wenn du mal da rüber gehst, dann kannst du dir mal, äh, welche davon schnappen. Dann kannst du dir auch so einen machen. Dann kannst du fliegen. Ich lege mal das ganze Zeug hier da rein, was das doch immer bringt. Jetzt hier. Ja, das ist dieses ganze Zeug von Vichery und Botania und so. Und ich habe keinen Plan davon. Also wenn du möchtest, dann kannst du dich damit auch mal auseinandersetzen. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Hä? Lol, ich habe jetzt einfach einen Scoop bekommen. Lol? Äh, geht das mit allem? Ist hier ein Taint Swarm? Äh, Marc, irgendwas stimmt nicht. Ich kann einfach dir bloß... Ja, dann leg die wieder weg und stell mal auf Receipt Mode um. Du musst dann in deinem Inventar unten auf Options, dann auf Inventory und dann gehst... Oh, ich habe auch noch einen Cheat Mode. Und dann auf Recipe Mode umschalten. Achso. Und die Sachen legst du bitte wieder weg. Ja, ist alles weg. Das muss auch weg. Du musst auch weg. Du musst auch weg. Achso. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ich habe den Markt. Oh, ich habe ein Herz, ne? Ich habe den gereckt. Get wrecked easy. Hä, die liegen da immer noch. Sind es die Gecheateten? Ja, tu die mal irgendwie weg. Ich kriege die nicht weg. Ich weiß nicht. Äh, warte mal. Soll ich die einfach behalten? Soll ich einfach mal in Lava Eimer cheaten und die dann verbrennen? Nein. Wir machen das so. Ich tue die jetzt hier einfach. Nein, warte. Ich mache das einfach. Äh. Wolle und Sticks. Weil ich habe es ja dann noch auf Aufnahme, dass das alles vernichtet wird. Ja, stimmt. Lava. Ich brauche auch mal schnell. Ich hole auch mal schnell Holz. Darf ich den fetten Baum da abholzen? Nicht, oder? Ähm. Nee. Weil aus dem Holz, äh, aus dem Zeug von dem kriegst du nämlich keine Planks raus, weil das ein spezieller Baum ist von Thorncraft. Ich gehe mal da hinten das Schwein töten. Du Schwein. Und wieder zumachen. Wo bist du? Ich bin, ich bin hier. Nein, ich meine dich. Ich meine das Schwein. Hier ist Aluminium. Ja, warte, das kann ich abbauen. Ich habe das auch schon jetzt abgebaut. Ich habe zwei Aluminium. Schwein, 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 Schwein. Oh nein. Oh, Mark. Wo bist du? Gestorben? Ich wollte dich eigentlich trollen, weil ich habe mich gerade ins Schwein gemorpht. Mhm. Und dann bin ich darunter gefallen. Tja. Naja, aber das ist kein Problem, weil mein Zoll kriege ich hier eigentlich. Ich würde sagen, die Regeln sind so, wenn man stirbt, darf man dir einen einmal ins Gesicht boxen. Ja, okay. Wenn wir uns treffen. Okay, gleiches gilt für falsche Grammatik, mein Freund. Nein, 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 nein. Leute, das sind unfähige Regeln, mit denen du spielst, Mark. Ich weiß. Oh, hier unten gibt es Marble. Daraus könnten wir auch einen Wohnwagen bauen. Apropos, Mark. Weißt du doch von dem Anime, von dem ich dir erzählt habe. Welcher? Den, 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 den. Oh. Oh, wie heißt der jetzt nochmal? Oh, was ist das? Was bist denn du für einer? Kann ich den... Hopgoblin. Was ist denn, wenn ich den haue? Passiert nix. Der tut dir nix. Ich glaube, mit dem kannst du handeln. Mach mal Rechtsklick auf den. Ich kann nicht Rechtsklick... Mit der bloßen Faust vielleicht? Geht nicht. Ich töte dir das mal. Okay, dann... Der tut dir ja nix. Du kannst ihn ruhig leben lassen. Ist kein Monster oder so. Ja, aber ich will mich in ihn verwandeln. Stimmt, das geht ja. Öh? Mega lag? Okay, lol. Wie viele Minuten haben wir denn schon? Elf Minuten schon. Ich mache eben meinen Waypoint da weg. Mein Deathpoint. Äh, remove. Uh, hier ist Kohle. Nice. Aber ich habe bestimmt schon Leute in die Kommentare geschrieben. Falls irgendjemand diesen magischen Ort namens Kommentarzone bei mir jemals entdecken soll. Mark, du hast Kohle übersehen. Das macht mich aggressiv. Oh, oh, oh. Und waren dann total lustig. So. Bumpi-dumpi-dump. Ich hoffe, hier ist irgendwo Eisen unten. Irgendwie, wenn ich mich in die Kaufer wandle, dann bagge ich im Boden fest. Ja, es kann sein, weil es kein Vanillamob ist. So, jetzt. Ich finde es voll nice, dass ich mich jetzt schon in Tane Swarm verwandeln kann. Loll. Ich brenne. Ich habe auf einmal angefangen zu brennen. Oh, die brauchen wir für ein ME-System später. Ich bin im Märchenwald. Lalalalalala. Hier sind ganz viele Kühe in der Nähe. Okay, das geht nicht. Hm? Kühe? Hier sind richtig viele Kühe gleich in der Nähe. Soll ich die alle töten oder wollen wir die irgendwie sammeln? Die respawnen doch eh wieder. Wir sammeln die wie so ein Treading-Card-Game mag. Dann lassen wir sie gegeneinander kämpfen. Hashtag Sammelobjekte sagst du? Ja. Dann bauen wir solche Bälle, indem wir den fangen können. Safari-Netz. Ich muss mal eben ausmisten. Netherwarzen behalte ich mal. Ne, Erde. Das kann weg. Den behalte ich. Kürtöten. Du hast ja die beiden Bücher noch, ne? Die Kuh hat den Glaskopf. Habe ich den jetzt bekommen? Luca, hast du die beiden Bücher noch? Äh, ja, habe ich. Okay, dann kann ich die auch wegwerfen. Oh, die eine hat auch einen Hut. Vielleicht käme ich zwar schon ein bisschen mit Tinkers Construct aus, aber noch nicht allzu gut. Deswegen. Ich sehe auch gerade, die Folge ist schon 13,5 Minuten lang. Deswegen werde ich mal ein bisschen gucken hier. Ich mache mich auch gerade auf dem Rückweg. Uran brauchen wir noch nicht. Eisen. Oh, ich hatte gehofft, da ist ein Orberry-Busch, aber dem war nicht so. Habe ich eigentlich die vorhin aufgesammelt, die Kupferbüsche? Ja, nice. Okay, Luca, wir können uns jetzt quasi unser eigenes Kupfer züchten. Das ist gut. Ich habe jetzt nämlich Kupferbüsche gefunden. Das können wir auch später noch automatisieren, dass wir quasi eine Kupferfabrik haben. Das ist zwar relativ teuer, aber... Naja. Das ist eigentlich nur teuer, wenn man es am Anfang macht, aber gut. Warum schweben die hier die ganze Zeit rum? Was? Deine Viecher da, die du... Ich weiß nicht, das ist irgendein Bug oder so. Die dürften eigentlich weg sein, man muss das nächste Mal einloggen. Jawohl! Wir haben Charged Surtus Quads. Vier Stück. Die brauchen wir später für das ME-System. Die habe ich irgendwie... Ich habe jetzt im Singleplayer habe ich viel zu bisschen Infinity gespielt und ich habe einfach keine von diesen blöden Dingern gefunden, ohne Spaß. Und jetzt finde ich hier einfach so viele. Okay. Die Folge ist schon relativ lang, deswegen würde ich einfach mal sagen, verabschieden wir uns jetzt an der Stelle. Ja. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut definitiv mal bei Luca vorbei. Link zu ihm findet ihr unten in der Beschreibung. Ja. Ja. Daumen nach oben. Um mir zu zeigen, dass es euch gefallen hat. Ihr müsst es schon beweisen. Beweist es? Damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss.